Hallo! Ja, keine Ahnung, wir spielen heute Sign of Silence, das Multiplayer-Game. Horror! Puh! Spooky! Die Mitteilung eintasten. Entschuldigung, das ist doch kein Deutsch. Um die Brücke zu besteigen, von der sie gefallen sind, müssen sie den Aufzug benutzen und neue Sicherungen einbauen. Ei! Oh! Das hab ich jetzt nicht gehört, das ignoriere ich. Das war, wow, das war ziemlich gemein, muss ich zugeben. Das Auto ne Textur vom Nintendo 64. Drücken sie eh um das Totem für zusätzlichen Schutz anzuzünden. Ich bin geschützt, Leute. Safety first. Wow, interessanter Sprung. Nicht schlecht, nicht genug Sicherung. Okay, wir brauchen wahrscheinlich drei. Warum drei? Und da sind so drei Dinge. Oh, ich dachte, da steckt man drei Dinge rein. Nein, warum drei? Weil's drei Löcher gibt. Wir teilen uns den Hirn, das würde auch vieles erklären. Bis jetzt muss ich sagen, hab ich mich noch nicht erschrocken. Es ist besser, kein Lärm zu machen. Ha! Rüttel nochmal. Das Monster. Ja, dann sagen wir denen nochmal ganz kurz hallo, oder? Im Trader- Oh, Scheiße, ist der hässlich, Alter. Oh, du Kacke, Alter. Der hat mich relativ böse angeguckt, muss ich an der Stelle sagen. Ah! So was mag ich ja... Oh, da hat jemand ein Totensymbol über seinem Kopf, was bedeutet. Ja, ich war in der Bärenfalle. Dann kam das Ding angesprungen, dann bin ich tot. Ja, lock die mal zu dir. Weil dann kann ich nie go reviven. Oh, der heißt ja so. Ich glaub, ich wurde gehauen. Immer mit deinem Züffelchen da mal. Impf mich! Ich kämpf gegen die so lange. Impf mich! Ja! So läuft das dann bald auch bei uns ab. Wie ist denn leuchtet das hier? Ah, ich rutsch weg! Du Arschloch! Hör auf, die da ins Wasser zu schieben! Beleb mich doch bitte wieder! Alter, du gehst viel zu nah ran! T-backst du mich? Was machst du da? Ja, wär gut, ich lebe. Tschüss! Hast du deine Taschenlampe wieder aufgenommen? Ah, egal, aber Philipp stirbt. Aber gut, bisschen Schwund ist immer. Sag mal, die hat aber einen knochigen Hintern. Ah, was ist das denn? Wer ist er denn? Entschuldigung, kannst du mal wieder dich verpissen? Äh... Hallo? Ah Gott! Ja, die ist vorne einfach vor dir, dann. Oh Gott, hat mich die Frau, die hat mich angesprungen und ich hab mich erschreckt wie Scheiße. Warum steht hier ein Typ mit Hirschgeweih, Alter? Ich lauf weg. Ja, genau, so hat mich die auch verstanden. Ahhhh! Hallo, meine Frage! Solche Spiele kann ich nicht spielen! Ach doch, die ist noch hier. Ja, da steht... Ahhhh! Fucking fuck! Ich guck dir auch noch zu, das schreckt mich nicht! Das ist doch Scheiße, Alter! Fucking fuck, Alter! Oh, ich hab einen aus dem KKK gefunden! Geh mal hin, frag mal, frag mal, ob er dumm ist! Jo, Ui, frag mal. Hey, bist du dumm? Oh nein, ich glaub, das geht auch gleich. Wer macht der? Äh... Ich bin jetzt beigetreten, glaub ich. Toll, du bist tot! Ah, guck mal, Philipp! Oh! Ah, guck mal, Raben! Sag mal, Leute! Das hat er ein bisschen noch... Ach du Scheiße! Ach du Kacke! Ach du Scheiße! Oh mein Gott! Das ist einer von den Titans! Oh mein Gott! Mann, schon wieder! Ich kotze in der Hand, Alter! Oh mein Gott! Ich hab's dir gesagt, Philipp! Ich klau dein scheiß Klo, wenn du mir einen Jobstair reinknümmelst! Oh mein Gott! Was soll die Kacke? Oh Gott, was ist das denn? Alter, das ist wirklich einfach... Das ist ganz schlimm hier! Urlaub im Harz machen oder so was? Mach mal hier! So stell ich mir aber Urlaub im Harz vor! Stimmt, die Leute sehen da alles so aus! Wie kannst du immer noch leben? Das verstehe ich halt nicht! Philipp, Philipp! Nein, der Jumps geht an! Ah, das Ball! Jedes Ball! Wie doofes Arschloch! Scheiße, was hat er da geflackert! Ich glaub ein Grafikfehler, ehrlich gesagt! Ah ja, das könnte sein! Hä? Ja! Nee, glaub ich! Oh Gott! 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 Ähm! Große Klasse! Mach nochmal die Tür! Da ist es doch! Rein in... Oh! Oh mein Gott! Das hat dir wirklich relativ entspannt den Kopf abgerissen! Kennt jemand von euch ein Wanderlied? Damit so die Stimmung ein bisschen grün ist! Das war'n! Dann ist das scheiße! Ach, da ist er schon wieder! Hi! Oh nein, 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 nein! Ich mach Licht aus! Aber das ist doch der Nette hier, oder? Ja, aber links ist der Bond... Links war Bösi! Oh! Der ist weg! Warum ist denn hier weg? Haben die das richtig gemacht? Der ist ja teleportiert! Ist ein Enderman! Nee, Alter, dann nimmt der die Blöcke weg! Äh, hinter dir, du Alter! Du solltest gleich... Hä? Okay, ich hab hier ein Problem! Ich bin vielleicht da reingelaufen und das steht jetzt direkt von meiner Nase! Ihr müsst den mal rauslaufen! Bitte, 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 bitte! Klick, 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 klick! Der fickt mich jetzt! Klick, 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 klick! Der ist in mir drinnen! Ja, der haut mich! Absolut! Ja! Ein Unfälle für mich! Ich bin nur betäubt! Oh, guck mal! Oh, ich bin direkt da wieder gespawnt! Oh, super, okay! Oh, nein, nein! Lauf! Lauf! Falle gelatscht! Ja, aber guck mal hier! Der Kompass zeigt jetzt, dass hier was wichtiges ist! Ach du Kacke! Ja, toll, Monster! Tollene! Ah! Ich werde es jedem die ganze Zeit gefangen! Scheiße! Warte mal, ich kann als Kopf laufen! Könnt ihr mal ganz kurz zu mir kommen? Könnt ihr mir... Was bin ich? Bin ich mein Kopf? Wo bist du? Oh! Iiiiih! Ja, dein Kopf auf einer Spinne! Ist das cool? Na ja, weiß ich nicht! Ja, dann kann... Freunde! Weiter geht die Nummer! Kann ich auch noch hier reinlaufen? Nein! Ah! Die Eier! Ich habe hier eine Spritze! Warte mal kurz! Ja, hau mal rein in den Kopf! Kann ich nicht! Aber ich glaube, du musst den Körper suchen! Ach du Scheiße! Ja, warte, komm mit! Guck mal, Mann! Machen wir mal deine Spritze rein! Kannst du mal hier in den Popo reinspritzen? Juhu! Nee! Ja, jetzt okay, ja! Sie können keinen kopflosen Freund zum Leben erwecken! Das ist jetzt eine schwierige Nummer! Ja, dann nicht, ne? Oh mein Gott! Hier sitzt ein Typ! Hat es was gebracht? Nee, der sitzt einfach... Der chillt! Ich glaube, der ist tot tot! Ich glaube, der ist wie Ötzi! Warum sieht der aus wie der Doktor von Outlast? Also, Entschuldigung, der sieht wirklich aus wie die Schulsohle von dem Doktor von Outlast! Oh! Die große Serden! Der steht auf relativ hohen Stelzen! Nee! Warte mal, der hat seinen Arm bewegt! Guck mal, kannst du den mal fragen, ob der... Geh mal hin! Okay, also wo ist... Oh, du Scheiße! Nee, der... Oh! Ja! Oh! Da ist ja noch einer! Oh! Ah, der macht Lärm! Oh! Du Scheiße, Alter! Wo bin ich denn? Ich glaube, jetzt haben wir auch ein Problem, weil... Oh! Ich bin jetzt in einem Baum gebackt! Das würde ich ungern weiterspielen, so! Actually, macht mal qualität auf durchschnittlich und ergötzt euch an dieser unglaublich guten Grafik! Super! Ich habe jetzt noch mehr FPS! Alter, ja! Sieht tausendmal besser aus! Ich habe noch eine andere Frage! Da oben ist ja angeblich die Autobahn, ne? Ja... Wie sind wir runterge... Ja, also wenn wir da mit dem Auto runter... Da ist ja das Ding kaputt! Das heißt, unser Auto ist von da runtergefallen, bis da... Alter, aber... Ja, aber wir können doch einfach hier hochgehen! Absolut entspannte Knautschzone an der Stelle! Da ist eine Bärenfalle! Ah! Ah! Du... Ich krieg wirklich, wenn ihr das weitermacht mit euren Taschenlampen, einen epilepsischen Anfall! Kann man denn speichern? Wenn man auf Escape drückt oder so? Bärenfalle! Bärenfalle! Weiß ich... Ich bin reingeklischt! Du hast keine Beine mehr! Du hast es nie verdient zu gehen! Das ist aber nicht schön! Das ist wirklich... Das ist die Samantha aus The Ring, die es aber nicht bis nach oben geschafft hat! Fuck! Hier ist ein Hund! Und Hunde sind böse! Ja, die machen Lärm! Ich glaube... Ach du... Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Ich bin tot! Sag mal, wie groß ist dieser Hund? Der ist fünf Meter groß! Da hinten ist ein Riesenmann! Da nicht hingehen! Weil der macht Lärm! Der Siren Head Mann! Und was ist mit dem Typen im Rollstuhl? Ach der sitzt da einfach nur! Das ist ein Schaukelstuhl! Ja, der hat da nichts gemacht! Was ist das hier? Das ist ein Pilz! Achso, das ist ein Bauchstuhl! Oh, Nico tot! Ich hab ne Spritze! Warum ist der gestorben? Bärenfalle! Hier ist ne Bärenfalle! Ich mein... Ach du Scheiße! Ach du Kacke! 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 Ja, weil hier drinnen leuchtet es immer noch! Die Tür leuchtet! Guck mal! Die Tür leuchtet bei mir! Wo hast du ne Tür? Ich mach mir die Tür zu, ne? Ja! Wir haben ne Sicherung! Ja! Hallo? Hier gehts wieder raus? Okay, jetzt mal ne blöde Frage! Wo ist die nächste? Wie viel brauchen wir? Drei! Stand das irgendwo? Ah! Okay! Dicker, dicker! Dicker Pimmelmann! Dicker Pimmelmann! Dicker Pimmelmann! Ah! Der will meine, nicht mich! Warum hat der mich jetzt wieder genommen? Der frisst meinen Kopf! Nein, nicht schon wieder! Bitte nicht! Warum? Ne! Wo? Oh shit, da ist ein Dude! Oh Gott! Wo geht die Tür auf? Ah! Wie kann man die Tür wieder zumachen? Oh mein Gott! Ist der draußen noch drin? Ich bin verwirrt! Das klingt so als wieder drin! Entschuldigung! So gruselig, Alter! Man könnte auch einfach jetzt hier wohnen bleiben! Oh! Du was ist sauer! Oh! Ich piss mich hier gleich ein! Oh iiii! Alter! Scheiße! Dreckig! Ja! Komm, wir brauchen Warte, Warte! Komm Papa! Komm hier mit rein! Warte! Warte, komm und zurück! 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 Warte, komm nicht zurück! Ich weiß nicht wo ich lang muss! Ah! Der Tod! Hier! Huhu! Hahaha! Oh, das ist ganz schön scheiße gemacht! Ja, ja! Ach du Kacke! Okay, wollen wir den mal abschießen? Ja, können wir machen! Warte! So! Ich bin der Beerenfalle! Das war keine gute Idee! Mach mal nicht! Okay, der ist gestorben! Oh echt? Wir können uns wehren! Alter Schwede! Halbe Salami! Das ist echt! Das ist der! Hahaha! Warte mal! Hier! Sawmill Fishing Village! Fishing Village? Ist dann glaube ich hier lang! Ich hab noch! Warte! Fuck! Eine Beerenfalle! Oh! What the fuck! Der ist ja richtig weh! What the hell! Das war das! Philipp wirklich! Damit hast du das Spiel wieder gut gemacht! Der ist einfach weggeflogen! Das hab ich ja noch nie gesehen in dem Game! Okay, Philipp! Wo geht's weiter? Ich hab irgendwas gefunden! Ich mag hier gar nichts! Was ist das? Fuck dich doch! Was war das? Was hab ich hier gefunden? Äh, Sicherung! Weiß ich nicht! Wo seh ich das? Ich hab eine Sicherung! Fuck! Ich hab die andere! Oh! Aber wir wissen ja wo seine Leiche liegt! Und die ist ja eh auf dem Weg! Ach man, das ist so weit weg! So ne asoziale Scheiße! Alter, kann das auch noch lauter sein! Das Scheiß! Nein! Nein! Wir hätten das geschafft! Haben wir leider nicht! Check Nofil aus! Eishach! Das 하� hallo!